Willkommen zurück zur CRM-TV. Bei mir begrüßen darf ich jetzt die Aktivis-Picock-Geschäftsführerin Frau Bärbe-Schmidt. Guten Tag, Frau Schmidt. Guten Tag, Herr Schulde. Frau Schmidt, kann ich Ihnen schon gratulieren zu der Veranstaltung. Ich meine, Sie haben seit längerem Zeit keine großen Messen, Kongresse mehr veranstaltet und jetzt zurück mit der Channel Trends. Vielleicht ziehen Sie ein erstes Fazit, jetzt um 17 Uhr. Wie finden Sie denn, wie ist die ganze Messe gelaufen? Sind Sie zufrieden? Ja, also wir sind sehr zufrieden und es geht ja aber weniger darum, ob wir zufrieden sind, sondern wichtig ist ja, dass unsere Kunden und auch die Hersteller zufrieden sind. Und das Feedback, was wir ringsherum bekommen haben, heute über den Tag hinweg, war ausgesprochen positiv, sowohl von den Besuchern wie auch von den Herstellern. Und das freut mich ganz besonders, denn diese Veranstaltung, die haben wir ja gemeinsam mit Ihnen auf die Beine gestellt. Und ich denke, das zeigt einfach, dass wir gemeinsam in der Lage sind, hier wirklich eine tolle Geschichte zu machen. Weiterhin ist es so, wir hatten an Anmeldungen, 2460 Anmeldungen. Wir haben in etwa auch so viele Menschen eben hier gehabt heute und haben sie auch noch hier. Das ist also auch sehr erfreulich, denn in der Regel gibt es doch eine recht hohe No-Show-Rate. Aber wir haben auch viele Leute, die eben sich nicht angemeldet haben und einfach eben so nochmal vorbeigekommen sind. Also wir freuen uns sehr über die sehr gute Resonanz. Ja, Frau Schmidt, ich bedanke mich erstmal bei Ihnen für das Lob, für uns natürlich auch. Aber Sie hatten ja auch einen hohen Anspruch mit der Messe. Sie wollten ja nicht nur eine Hausmesse machen, nicht nur eine Produktausstellung, sondern Sie wollten ja tatsächlich Lösungen und Anwendungen zeigen. Haben Sie denn da ein Feedback der Aussteller bekommen, auch der Besucher des Kongresses, wie gut das Konzept angekommen ist? Also es gibt hier diese Lösungskuben, wo wirklich gezeigt wird, wie in der Büroanwendung Mobility-Lösungen funktionieren. Gab es da ein Feedback? Ja, sehr positives Feedback, weil eben hier auch eine ganze Menge Beispiele gegeben wurden. Beispiele gegeben wurden für die Fachhandelspartner, eben vielleicht andere Lösungen auch Ihren Kunden mal vorzuschlagen. Parallel dazu wird ja im Moment oder wurde vorhin der Mobility Award verliehen an drei Fachhandelspartner, die eine ganz besonders interessante Lösung eben zusammengestellt haben und da bei ihren Kunden sehr erfolgreich sind. Und auch das, denke ich, ist eine Geschichte gewesen, die von einer Jury aus Fachbeiräten, kann man sagen, zusammengestellt war, die das eben ausgesucht haben. Es kam sehr, sehr gut an. Also es sind wirklich Lösungen gezeigt worden, die auch einfach mal neue Trends aufzeigen. Frau Schmidt, man sieht es jetzt schon an Ihrem Halstuch. Aktivis hat sein Logo geändert, aber jetzt ist Aktivis nicht mehr blau, sondern ist grün. Und NT Plus, die neue Schwesterfirma der Aktivis Peacock, tritt auch gleich mit einem veränderten Logo auf, ist jetzt orange. Zum ersten Mal sind Aktivis und NT Plus gemeinsam aufgetreten hier auf dem Kongress. Konnten beide schon Synergiepotenziale aufzeigen und welche Synergiepotenziale sind von beiden Firmen noch zu erwarten in Zukunft? Eine Sache möchte ich ganz kurz sagen, bei NT Plus gab es keine Veränderung des Logos. Die waren schon orange. Die waren schon, die Farbe existiert, solange ich NT Plus... Nein, 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 nein. Die Farbgebung bei NT Plus ist unverändert. Es hat sich, wie Sie sagen, das Aktivis-Logo verändert. Warum haben wir das gemacht? Wir haben das deswegen gemacht, dass wir in Europa wirklich ein einheitliches Auftreten haben. Wir haben zum Teil Landesgesellschaften, die noch mit einem anderen Logo gearbeitet haben. Und wir haben jetzt europaweit den gleichen Auftritt in dieser grünen Farbe hier in Deutschland noch mit dem Zusatz Peacock. Denn auch das ist sehr wichtig, dass wir das von unserer Seite her eben weiter in unserem Logo haben. Denn es gibt nach wie vor eine sehr treue Peacock-Kundengemeinde, die wir auch in der Zukunft eben hier mit unserem Logo auch entsprechend weiter unterstützen wollen. Ansonsten, wie gesagt, ringsherum sind wir sehr zufrieden mit dem, wie es bisher gelaufen ist. Und heute Abend erwartet uns ja noch eine mit Sicherheit sehr muntere Abendveranstaltung. Und ich freue mich da auf eine rege Teilnahme. Vielleicht noch einmal nachzuhaken bei Aktivis und NT Plus. Gibt es denn jetzt schon Pläne, wie die Zusammenarbeit der Firmen in Zukunft weiterlaufen wird? Wird die Zusammenarbeit enger werden noch in bestimmten Bereichen oder wird man weitergehend getrennt arbeiten? Der Volker Schwellenberg wurde ja vor kurzem als neuer Vorstand dort berufen. Also es wird so sein, dass die Zusammenarbeit mit Sicherheit sehr viel intensiver werden wird jetzt in der Zukunft. Es ist also so, dass wir jetzt erstmal schauen müssen, dass wir eine einheitliche IT-Plattform haben. Es wird also so sein, dass wir in diesem Jahr noch bei der NT Plus einen SAP-Rollout haben und dann damit auch die Voraussetzungen haben, um Synergien eben besser zu nutzen, zum Beispiel im Bereich Einkauf wie auch im Bereich Vertrieb. Aber ansonsten wird die NT Plus als eigenständiges Unternehmen eben hier im deutschen Markt weiter agieren. NT Plus ist ein sehr, sehr guter Brand, der hier im deutschen Markt für das Thema Telekommunikation bekannt ist. Und wir wollen auf keinen Fall, dass dieser Brand eben in der Form nicht mehr existiert. Auf keinen Fall. Frau Schmidt, ja, dann wünsche ich Ihnen noch eine ähnlich schöne Abendveranstaltung, wie es heute tagsüber schon war. Und danke mich herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind. Ja, vielen Dank auch von Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank.